Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 29. Oktober. Trauer um Bischof Franz Kamphaus. Zwei Gießereien werden neu benannt und die Versorgungslage mit Medikamenten wird in Deutschland weiter diskutiert. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Katholiken im Bistum Limburg und darüber hinaus trauern um Bischof Franz Kamphaus. Der ehemalige Oberhirte ist am Montag im Alter von 92 Jahren in Aulhausen im Rheingau gestorben. Er galt als einer der profiliertesten katholischen Theologen. Vor allem seine Haltung in der Auseinandersetzung mit dem Vatikan um die Schwangerschaftskonfliktberatung begründete Kamphaus bundesweit hohes Ansehen. Auch sein Engagement für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie seine klaren Stellungnahmen zu politischen Themen wie Atomkraft, zum Irak und zum Kroatienkrieg fanden über die Grenzen des Bistums hinaus Beachtung. 1982 wurde der gebürtige Westfale von Kardinal Josef Höfner im Limburger Dom zum Bischof geweiht und stand bis 2007 an der Spitze des Bistums. Nach seiner altersbedingten Emeritierung zog der damals 75-Jährige als Seelsorger ins St. Vinzenzstift in Aulhausen im Rheingau, wo er bis zu seinem Tod zurückgezogen lebte und arbeitete. Ein mysteriöser Autounfall zwischen Herborn und Greifenstein hat eine größere Suchaktion zur Folge. Laut Polizei war in der Nacht zum Montag gegen 23 Uhr auf der Landstraße zwischen Merkenbach und Beilstein ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug gefunden worden. Im Inneren des Opel Astra mit Weilburger Kennzeichen sei zwar kein Fahrer, dafür aber Blutspuren und ein paar Schuhe entdeckt worden. Die Polizei hielt anschließend unter anderem mit Hunden und einer Drohne nach dem Fahrer des Unfallwagens Ausschau. Die Suche verlief jedoch vorerst erfolglos. Am Montag um 10.30 Uhr teilt die Polizei mit, dass die Suche noch andauere. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer mit seinem Opel von Beilstein in Richtung Herborn unterwegs, als er nahe dem Kniebrecher nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Opel kollidierte mit einem größeren Stein und anschließend mit einem Baum. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Fahrzeug vermutlich von einem Mann gefahren worden ist. Es ist unklar, ob sich weitere Personen in dem Fahrzeug befunden haben. Noch vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Post auf Nachfrage mitgeteilt, dass sie derzeit in Dillenburg einen neuen Partner für ihre Dienstleistungen suche. Dies hat sich als Fehlinformation seitens des Konzerns herausgestellt. Es gebe doch einen Vertrag, sagte der Sprecher der Post, Alexander Böhm. Er habe davon sehr kurzfristig erfahren. Am 12. November soll im Service Store im Dillenburger Bahnhof die Anlaufstelle für Postkunden eröffnet werden, teilte er mit. Die Räumlichkeiten würden derzeit dafür vorbereitet. Alle Dienstleistungen der Post, angefangen von Briefmarken bis hin zur Paketaufgabe, würden dann dort angeboten. Das gesamte Produktportfolio sei in der neuen Stelle abrufbar. Postfächer- und Postbankdienstleistungen würde es dort aber nicht geben. Die Postbank, die Mieterin des ehemaligen Postgebäudes in der Poststraße ist und bisher die Dienstleistungen der Post angeboten hat, will am Standort eine Beratungsfiliale einrichten. Diese soll im Laufe des kommenden Jahres an den Start gehen. Buderus Guss in Breidenbach und Robert Boschguss in Lolla heißen künftig Breiden. Am Montag wurde die Umbenennung im Unternehmen gefeiert. Der Name soll an die Geschichte Breidenbachs erinnern, zugleich einprägsam sein und durch die englisch anmutende Schreibweise auch international wirken. Die Umbenennung ist eine Folge des Verkaufs. Nach jahrelangen Verhandlungen hatte in diesem Jahr die Münchner Equita-Gruppe die beiden Gießereien vom Bosch-Konzern übernommen. Abgeleitet ist der Name, der im Logo klein geschrieben wird, von Breidenbach. So hieß der Ort im Hinterland vor 600 Jahren. Zugleich wirkt die Schreibweise international, lässt sich auch im Englischen leicht aussprechen. Am Wochenende wurden überall im Betrieb die Logos ersetzt. Lediglich an dem weithin sichtbaren Turm konnte der Buderus-Schriftzug noch nicht getauscht werden. Dort steht nach Unternehmensangaben aber ohnehin eine Sanierung an, in deren Zug ebenfalls die Breidenaufschrift angebracht werden soll. Der Turm und die Aufschrift werden deshalb bald von einem Gerüst verdeckt. Die Versorgungslage bei Medikamenten in Deutschland sorgt weiterhin für Unruhe. Denn nun meldet sich das Wissenschaftliche Institut der AOK, kurz WIDO, zu Wort. Demnach gäbe es aktuell keine Hinweise darauf, dass Versorgungsengpässe oder Lieferschwierigkeiten bei Arzneimitteln drohen, wie zuletzt zahlreiche Medien berichteten, heißt es in einer Pressemitteilung. Laut einer Auswertung seien über 98 Prozent aller Arzneimittel verfügbar. Bei Lieferengpässen sei nicht automatisch die Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln beeinträchtigt, da diese meist durch Alternativen kompensiert würden, so das WIDO weiter. Die Apotheke jedoch zeichnen ein anderes Bild. Vor allem lebenswichtige Medikamente wie Antibiotika, Insuline und Krebsmittel seien häufig nicht vorrätig, was die Versorgungssicherheit gefährde, so der hessische Apothekerverband. Rabattverträge mit Krankenkassen, die niedrige Preise für Generika erzwingen, erschwerten die Produktion zusätzlich, da viele Hersteller lieber in Länder mit höheren Preisen liefern. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de www.mittelhessen.de